Musik Seit hunderten von Jahren besteht eine epische Rivalität zwischen zwei Samurai. Der eine stammt aus dem Osten Spandaus und nennt sich Maxim. Der andere ist mittlerweile zum Spandauer Kronprinzen aufgestanden und bringt seine nordischen Wurzeln in die Hauptstadt. Sein Name? Kalle. Heute soll der Tag sein, an dem die Rivalität ihr Ende finden soll. Wer wird siegreich sein? Für Ehre. Musik Jo, Mutti. Du, ist grad ganz schlecht, wirklich. Ich bin hier grad mitten in so einer Sache drin. Ich hab die Hackbällchen nicht gegessen. Die hat Christina gegessen. Christina! Ja, Sonntag, 17 Uhr, passt mir ganz gut. Du, ich muss Schluss machen, wirklich. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Unsere Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, kalladet? Ah, 참! 너는 도대체 여기서 뭐하는 거야? 참 웃기네. Zilhe 준비한다. 배추의 껍잎을 떼고 반으로 갈은 후 심지 부분에 칼집을 넣어 다시 갈라 4등 분만 만든다. 물에 왕소금을 풀어 소금물만 만든다. 손질한 배추를 소금물에 담가 약 6시간 동안 Zilhe 준비한다. 찹쌀가루 물에 냄비해 놓고 잘 개어준 다음 중 찹쌀가루 물에 냄비해 놓고 잘 개어준 다음 중 붓에 저어가며 끓여준다? 오, 막십니다. 깨끗한 손질한 물을 손질한 배추를 소금물에 담가 6시간 동안 이놈 칼에 이 나쁜 놈 알았어 우리 한번 써보자 이리 와봐 이슈에 이리로 이리로 ож스 찹쌀가루 jetzt geht es los ok du willst also ein duell maxina komm her ok es geht los warte kurz wie war die kohle kohle kohls nein die faust gott ist zu spüren alle meine faust geht nicht perfekte verteidigung perfekte verteidigung der verteidigung ebenfalls lehrtaste nein 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 ich will nicht verlieren ja da habe ich hier richtig gegeben ja nein ich habe gewonnen ich zeig dir jetzt mal wie man das macht hier verstehst du mit den gegnern aber ja du leidender bär sagt sagt dort in anderen nehmen wir auch noch mit kommen ran das sammelt auch erfahrung verstehst du kannst anfangen 1 krüppelnder schlag rechts klick und konnte sehr gut ich glaube die machen schneller als du also ich war auf jeden fall schneller und jetzt pullen wir hier alle und töten alle gleichzeitig ok das finde ich ja jetzt darum werde ich den ganzen rudelkampf gleich überlebt verstehst du mich mein so ok ich glaube langsam aber genug ok jetzt geht es aber los der hier noch ok los geht es oh mein wei ja wir beide die prüfung bestanden würde ich sagen was hast du mit denen gemacht und warum zusammen gemacht und dann die hochgeflogen und dann waren sie auf einmal weg und dann round two so fängt nämlich schon mal an ich hab dich in der luft weggeballert eine kette funktioniert nicht ja also du hast mir keinen schaden meine kette geht nicht oder lässt sich nicht hochboxen aber ist mir egal ins gesicht okay ich muss eine ketten ändern die haben nämlich die hälfte nicht funktioniert besser ein level 10 agonen räuber aller ach das der von anfang ja jetzt wirst du ihn ein make you make you ja ich mache jetzt bin ich richtig unnormal kamehame h5 und jetzt ballern wir die in den körper sagt er weg wenn wir jetzt einmal kloppen also ich glaube ich bin ja wie egal du kannst du dich geminnt am ende so so maxim das fina warte finale duell zwischen uns beiden hier wir hauen es jetzt gegenseitig das letzte mal um die ohren final round jetzt ist hier ramba zamba so gesehen aber ich habe aktive verteidigung ja aber ich habe sie ja aktiv 40 prozent des lebens schon weg gemacht und dann gibt es hier richtig schön ramba ins gesicht was ja wenn du einfach ein trinkt was bist du für uns ehren mal ich finde ich bin eine tank klasse du bist ein unehren mann mehr nicht während eines duells hier erstmal zu trinken alle weiß ich nicht muss wieder wissen gewonnen ehre besser als maxim schnick schnack 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 scheiße kalle ich glaube deine mutter hat die kläse färtsch nee das ist ein dungeon ein dungeon jo und dungeons sind auf jeden fall das wichtige stichwort denn aktuell gibt es in terra zwei wettbewerbe in denen ihr dungeons meistern müsst das besondere daran ist die sind alle auf nightmare zu spielen und diesen schwierigkeitsgrad gibt es nur in europa nirgends sonst was ganz crazy verrückt ist die beiden wettbewerbe laufen den ganzen sommer über und solange könnt ihr auch teilnehmen ihr könnt euch dabei auch unnormal belohnen denn es gibt sachpreise zu gewinnen wie unter anderem den corsair pc 1i 140 oder die m55 rgb pro maus und in game werden natürlich auch einige belohnungen verteilt da könnt ihr auf jeden fall zuschlagen und euch natürlich mal an den dungeons probieren ich habe euch noch einen link in die beschreibung getan da sind alle infos zu den wettbewerben auf jeden fall mit drin außerdem natürlich auch noch ein weiterer link um das spiel an sich runterzuladen euch anzumelden wenn ihr bock auf terra bekommen habt außerdem noch verlinkt das video von maxim denn er hat noch ein review zu terra gemacht da könnt ihr euch vielleicht vorab noch eine kleine meinung abholen abschließend noch ein riesen dank natürlich an die jungs und mädels von terra die mir bei diesem video extrem viel geholfen haben und das ganze auch mit dem dreh möglich gemacht haben ehre an euch danke natürlich auch an maxim gina und muri die mir natürlich bei diesem video geholfen haben und jetzt gibt es noch ein paar outtakes ich komme echt weit es kam wirklich was in die linze ich sehe es und denke mir kawaii oder dann denke ich mir NEET let it be kawawaja kawinga kawanga du hast alles verloren ok das war's das war's das war's ich sehe